Computer für jeden Kursraum. Braucht man Computer im Kursraum? Das Thema meiner Präsentation ist Computer für jeden Kursraum. Computer ist ein Gerät, das uns in unserem Leben hilft. Zum Beispiel man kann mit dem Computer ins Internet gehen, spielen, mit dem Programm arbeiten. Heutzutage wird der Computer sowohl privat als auch im Berufsleben benutzt. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe auch seit 20 Jahren einen Computer. In meinem Leben spielt Computer sehr wichtige Rolle. Ich benutze der Computer fast vier Stunden am Tag. Wenn ich ein Problem habe, gehe ich am Computer und dann suche ich im Internet. Jetzt würde ich gerne über die Situation im Bangladesch sprechen. In meinem Heimatland gibt es nicht in jedem Haus einen Computer. Und nur in den ganz reichen Familien hat ein Kind einen eigenen Computer. Weil die Computer sehr teuer sind und die Schüler können sich nicht leisten. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile-Vorteil. Computer in unserem Leben ist ein nützliches Gerät, das unser Leben und unsere Arbeit erleichtert. Die Leute können mit dem Computer schneller lernen. Manche Leute haben keinen Computer zu Hause. Deswegen können sie in der Klassen lernen. Nachteil Ich glaube, dass Computer sehr schlecht für die Augen ist. Wenn sie jeden Tage am Computer arbeiten, dann brauchen sie eine Brille. Meiner Meinung nach ist Computer sehr nützlich und ich kann mir ein Leben ohne Computer nicht mehr vorstellen. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.